yo willkommen auf einem neuen video auf dem pascalationskanal wir reagieren heute zu denno 419 verbote vb bot steht da ja aber verboten schätze ich mal so es heißen produziert bei free und youngmash alter youngmash direkt ich habe von denno schon ein zwei sachen gehört nicer rapper auf jeden fall hat viel drauf und wir checken mal was er hier so gemacht hat und auf supporterwunsch und ja gucken wir uns mal rein life was cracker video hier einfach draußen so auf wald mäßig alter nicht auf luxus oder so einfach so nicht auf dieses glitzer film sondern einfach so echt so was heißt echt aber einfach mal nicht so dass man zu krass auf dieses video überlegt sondern einfach auf den text so also macht vielleicht nicht viel aus so aber ihr wisst schon was ich meine diese block düstere atmosphäre direkt drin so ist so gesanglich auch sehr begabt wie es hier scheint also sehr melodisch ohne dass das jetzt irgendwie mainstream oder so klingt ja ist nice kommt glaube ich auch ist auch in den kreisen von manuelsen so ein bisschen gewesen oder ist da oder vertue ich mich weiß nicht ganz genau auf jeden fall ja hört sich auf den ersten eindruck echt nice an aber wenn du unten bist also wenn es mal hart wird dann ist keiner mehr da ist halt einfach eine real allein die einfach real talk des todes ist alter und ja nice ist natürlich jetzt nicht so von der wocht oder so so dass du denkst bam alter wo ist die energie und so das ist halt einfach rap musik die unter die haut gehen soll alter ja und es hört sich wirklich nice an sagt was bringt mir das posen im schneeweißen bands wenn ich nicht mal die gebet zeiten kennt direkt so eine murder line alter was bringt dir eine pose im weißen warte ich muss mir das noch mal kurz geben sagt was bringt mir das posen im schneeweißen bands wenn ich nicht mal die gebet zeiten kenne eine murder line so direkt zu beginn ist halt auch das direkt so eine line wo man sich denkt der typ ist bodenständig er weiß wo er herkommt und sowas feiere ich vom prinzip auf jeden fall schon mal scheiß so man kann zwar jetzt sagen ja ich habe keinen bock auf dieses melodische so ich will lieber nur diesen rapper so wasser ich komme ja auch in eine schule ich mag ja dieses wuchtige ratten nach vorne einfach ich bin jetzt auch nicht der größte gesang fan auch nicht der riesigste autotune fan oder sowas aber ich finde halt einfach nice dass er jede facette wie recht drauf hat das zu kombinieren ohne dass eins zu viel wird oder eins weggelassen wird die kombo macht ihn ja auch irgendwie auf seine art irgendwie einzigartig was das nicht so oft gibt meistens ist so es gibt das eine es gibt diese rap rapper die bass rapper dann gibt es die autotune rapper die gesang dann gibt es die pop dann gibt es die mainstream leute so weißt du aber er versucht das alles zu mixen und ist auf jeden fall eine geile idee ein geiler sound so der name den ich trage ist zu heilig für die rap szene ja was soll ich euch sagen gefällt mir sehr sehr gut bis hierhin aber dann erfrieren gut sein ist schwer wenn die welt der satan regiert dieses drama in mir und diese blutroten augen ich des lebens wissen kannst du nicht mit schulnoten kaufen achi ist auch eine mörder mörder mörderlein ohne scheiß er macht hier er sagt hier einfach so bild dir nichts ein auf deine noten so du weißt noch gar nichts nur weil du gerade ein student bist und der anderen schulabbrecher so du weißt doch noch gar nichts so weißt du und es ist einfach eine reale line die einfach so stimmt ne jeder der schon ein bisschen älter ist der viel erlebt hat so der weiß bescheid ich bin selbst in not ich wurde in der kälte groß er sagt hier halt quasi ich hatte es auch nicht einfach aber das heißt geschafft er ist gerade auf einem guten weg so ne ein talentierter rapper auf jeden fall da gibt es nichts und zeilen zum nachdenken gibt es auch also message ist auch am start und ja gefällt mir richtig richtig gut so ist sehr musikalisch so ich bin jetzt nicht so der größte fan von melodischen sachen aber das hier gefällt mir einfach gut weil du halt auch wirklich die ehrlichheit irgendwie da unterstürst den schmerz teilweise so geht geht schon mies unter die haut so weißt du sorry dass ich so auf pause drücke aber er hat auch ein bisschen was zu erzählen weißt du 10 von 10 sind hier ehrenlose in meiner stadt gibt es alles außer die zehn gebote ja das ist auf pause drücke er hat einfach erzählt auch einfach was du denkst du hast recht oder was hast du gesagt so bleibst du da verpiss dich achi ja vielleicht habe ich die lines nicht perfekt so drin so ich hatte auch das erste mal aber finde ich nice alter supportet auf jeden fall denu 419 damit auch groß wird youngmash hat er jetzt hier schon am start alter läuft bei ihnen anscheinend an dem schmerz bin ich beinahe gestorben nein achi hier hofft keiner auf morgen das leben mich schmeckt weiter fest schmerz wenn ich beinahe gestorben nein achi hier hofft keiner auf morgen so man geht lieber drauf so ein scheiß leben ist das so mäßig digga nice also nicht dass es so ist sondern ähm nice allein dort bin meine ex war eine huro und nur deshalb bin ich eiskalt geworden die wahrheit spricht und sie hören kein ton denn diese dünya braucht durch lügner wie ein könig sein thron ihr habt durch eine mauer aufgebaut ich baue sieben und wenn ich sterbe bitte schütte meine asche auf den grauen riesen ihr habt durch eine mauer aufgebaut ich habe sieben mauren aufgebaut so digga ihr denkt ihr hattet pech im leben und seid abgefuckt und traut keinem mehr alter lebt mal mein leben so nach dem motto ja was soll ich euch sagen gefällt mir richtig 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 gut das mörderding ohne scheiß digga ist vielleicht sogar mit das beste was ich bis jetzt gehört habe von dem wochenende ich habe mir noch nicht alles angehört aber ich habe schon ein paar sachen gehört gehört auf jeden fall zu den besseren sachen die ich gehört habe was soll ich euch sagen digga vorbei supportet denu 419 wir gucken mal ob er noch was hier ankündigt oder so können wir noch ein bisschen support geben ah ok unikat musik präsentiert denu 419 vom blog bis on top ja jetzt ab jetzt überall vielleicht so ein ep draus gedacht hat er hat er ja auch gesagt weswegen ich auf diesen song auch extra reagiert hatte ist ein ja ist nice ich fand auch schon einige tracks von ihm gut ähm ja supportet ihn supportet gute musik und schreibt mir gerne eure meinung zu den song über meine reaction dazu unten in die kommentare und wenn ihr rap so fallt wie ich alter lass doch ein abo da ich bin raus meine freunde